Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei unserem Schlösschen, bei unserem Schloss Buxtehude, welches wir in den letzten Folgen gemeinsam erbaut haben. Und schau mal einer an, es sind sämtliche Gerüste weg, das sind von mir gesetzte Leitern, die da noch sind und es sind die Dächer alle gebaut. Wenn sie auch so ein bisschen, naja, komisch aussehen und komisch anmuten und ich habe hier die Notausgänge bauen müssen, damit die Leute, die dort drin sind, wieder rauskommen. Hintergrund ist der, hier drin verfangen sich gerne Leute, das hat aber nichts damit zu tun, dass diese Ecken hier zu klein sind. Und zwar kann der wunderbar von dort nach dort laufen und hier hinstehen. Hier drin standen zwei, hatten ihre Hungerblase über dem Kopf, hier da dieses Symbol, diesen Hähnchenschenkel, standen hier drin, direkt vor der Tür, hier vorne ist ja auch noch eine und gingen nicht raus. Also irgendwie, ich glaube ich sind diese, ähm, na sag schon, diese Doppeltüren scheinen irgendwie Einbahnstraße zu sein oder so. Also insofern, ich musste den Notausgang bauen, damit die hier rauskommen, sprich die klettern da hoch, kommen oben raus, hier gehen sie wieder runter. Das heißt, wir müssen da irgendwie schauen, wenn wir jetzt die Dächer noch weiter bauen, dass wir das irgendwie so machen, dass die da weiterhin auskommen. Insofern bin ich eigentlich versucht, äh, hier das Ganze irgendwie, ja, hm, wie soll man es machen? Sieht scheppig aus mit diesem Muster jetzt, aber ich glaube ich lasse das Ganze als Flachdach, aber wenn ich jetzt hier anfange das hochzubauen, am Ende kommen die das, wobei, Stufen können sie ja laufen. Ja, das ist eine schwierige Kiste. Das ist eine schwierige Kiste, wir können ja mal schauen, wie das so aussieht, wenn wir jetzt hier, ich mach das mal mit der mittleren Farbe. Wenn wir jetzt hier ein Dach bauen, noch weiter. Das wäre ja dann in etwa so. Ich würde den Einstieg, ja, doch, ja, hm, da müsste man die Treppe eventuell nochmal eins hoch machen, die Leiter nochmal eins hoch machen, das ist aber auch nicht schlimm. Bin mal gespannt, wie wir das überhaupt hier mit dem Dach hinbekommen. Dass das halbwegs auch nur danach was aussieht. So, und dann machen wir das noch. So, und so. Wobei. Wir kriegen das Spiel noch zum Absturz, ich bin da, ich bin da guter Dinge. So, und dann müssten wir jetzt erstmal die Leiter vielleicht doch noch eins hoch bauen. Da und dort. So, und dann hätten wir jetzt wenigstens die nächste Etage. Ja, hier. Der Survivalist ist im falschen Game, dem brauche ich in Ark. Oder von mir aus auch in H1Z1, aber doch nicht bei Stonehaarth hier. Hier haben wir viel bessere Überlebenskünstler. So, wir machen jetzt. Wir bauen das mal. Start Building. Dann sieht das zumindest schon mal besser aus, als dieser Flickenteppich, den ich da zuvor hatte. Und wir machen das Stufe für Stufe. Es bringt nichts hier jetzt, das Dach zu bauen und gleich komplett als fertiges, schräges Dach hier hin zu machen. Sondern, ich denke mal, es macht da sehr viel Sinn, das Schritt für Schritt zu tun. Und Stufe für Stufe. Was für ein Bauprojekt sollen wir noch machen? Jetzt habe ich ein Schloss. Ich glaube es nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass dieser Spielstand hiermit beendet ist. Stattdessen geht es noch weiter. So was. Wie viele Steinchen haben wir? Hier haben wir noch ganz viele Steine. Die liegen da noch so rum. Liegt vielleicht daran, dass das ein bisschen weit weg ist vom Hauptlager und dass daher nicht abtransportiert wird. Hier haben wir noch so Mäuerchen. Die könnte ich vielleicht noch platzieren hier vorne. Total das Mega Bauprojekt. Das könnte man aber wirklich noch machen. Hier noch so eine Mauer um die, um das Schloss drumherum ziehen. Das hätte doch was. Machen wir mal. Da braucht man noch Unsummen. Unsummen. Das wird jetzt wieder spannend. Hier müssen wir aufpassen. Das wäre... Da müssen wir diese annehmen. Diese Linie hier. Da, 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 da. Also das sind wir schon gleich. So. Notfalls muss ich die, ich kann nicht so nah an der Tür wieder vorbeigehen. Notfalls muss ich die umsetzen. So, da machen wir das da rein. Zack, zack. Und jetzt so bald dürften sie mir ausgehen. Ja. Das waren 15 Stück. Oh, hä? Caravan Approaches. Haben wir sonst noch irgendwas bekommen? Daily Update. Glaub sie. Was? Alter. Alter. Geht's noch? Also den nächsten Einwohner werden wir wohl nicht kriegen. Das wird ein wenig dauern. Okay. Wir brauchen wieder einen Mason. Wer war's denn? Unclaimed. Ja, wer war's denn? Wer war mein Mason? 100 Leben. War's nicht der gute Willett? Moment. Blacksmith? Weaver? Nee, der Willett war Weaver und Blacksmith. Wer war... Schmied? Äh, Quatsch. Mason, also Steinmetz. Die Norsa. Auch nichts. Rowan... Rowan Nonack war auch nicht. Das... Äh... Sag mal hier... Nein. Nein. Was? Was? War's einer der Schwertmännchen? Auch nicht. Was war denn? Ach, vielleicht ist die gestorben. Wir hatten ja zwei Todesopfer. Das wird's vielleicht sein. Komm, Rowan. Du wirst es jetzt. Du wirst es jetzt. Change Job. Und zwar... Mason. So. Wäre doch gelacht. Und dann... Ah, wir haben Blümchen. Ach, ist das schön. Pliemerl. Können wir ein bisschen dekorieren. Ähm... Wo sind sie denn da? Ach, 20 von jedem. Gott, oh Gott. Da habe ich mir doch keine Gedanken. Dann machen wir noch mal mehr. Also, dann... Höhen wir auf 10 von jedem. Holz sollte man ja eigentlich noch genug haben. Gerade mal schauen, wie viel Holz. Ansonsten müssen wir mal wieder fällen gehen. Das geht ja auch schneller weg, als man denkt. So zwischendrin mal. Ach Gott. Keine Gedanken machen. Einfach bauen. So, Werther Mason. Sind wir... Genau. Super. Sind wir soweit. Dann bauen wir hiervon noch mal... Ponder Nummer 20 Stück. Da bauen wir 20 Stein für. Muss die, glaube ich, wieder hacken gehen. Schicken. Ab in den Steinbruch mit euch. Wie fies. Ich bin erbarmungslos. Weiß. Die armen kleinen Halflings in den Steinbruch zu schicken. Wie kann man nur so herzlos sein? Wie kann man nur? Und warum wird das hier nicht gebaut? Achso, weil ich... Moment. Wö? Moment. Ah. Hehe. Das ist ja auch gut. Wenn ich die Mine... Wenn ich die Mine sichtbar mache, ist mein Dach weg. Boah. Wollen wir nicht. Gut. Das hätten wir... Und dann machen wir noch ein... Noch ein weiteres Geschoss da oben drauf, oder? Was soll's denn? Machen wir jetzt dunkle oder helle wieder? Komm, wir machen immer so hell-dunk... Hell-Mittel-hell. So. Im Wechsel. Das sieht bestimmt voll toll aus am Ende. Zip. Das müsste passen. Und... Da frage ich mich jetzt natürlich... Wie machen wir das mit der Leiter? Wie machen wir das mit der Leiter? Eigentlich könnte man die immer höher setzen. So machen wir das auch. Wir setzen die einfach immer höher. Oder wir lassen den hier drüber raus. Hier über die Seite. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Als würde das funktionieren. Komm, das machen wir auch so. Und hier mache ich dann die Leitern hin. Ja, genau. So machen wir das. Dann kommt die vorne weg. Und das genau wollte ich nicht. Sondern... Dann machen wir das hier auch. So. Nee, das war nix. Jetzt muss ich mich noch im Dach... Was man hier alles lernen muss in diesem Spiel. Jetzt bin ich schon Dachdecker. Wahnsinn. Wahnsinn. Und hier... Klatschen wir die Leiter raus. Und... Da... Eben so. Dann kommen die von dort hoch. Können hoffentlich da rüber. Das sieht allerdings gerade so aus. Es würde das nicht funktionieren. Ich mache mal hier die Leiter auch noch hin. Und die können wir dann abreißen. Und hier machen wir es auch. Sicher ist sicher. Die Leiter nach links. Und die können wir dann abreißen. Sollte eigentlich funktionieren. So. Wie sieht das jetzt aus? Wenn wir mal schauen. Hier fehlt noch ein Schnippel. Habe ich jetzt hell gebaut oder dunkel? Ich glaube, ich habe hell gebaut. So. So. Ohoho. Ohoho. Funktioniert, glaube ich. Kann man machen. Also dann. Finish. Build. Yes. Und wer hat sich da gerade einen neuen Shop geholt? Ich verstehe es gerade nicht. Aber egal. Ist hier rein, so weil ich irgendjemand... Nein. Ist keiner gefangen drin. Das ist gut. Dann macht man das wieder weg. Und die wahrscheinlich schlafen die gerade alles. Aber wer hat denn hier jetzt die Jobs da? Gewählt? Na egal. So. Wir haben mal wieder ein bisschen... Ein bisschen Mäuerchen bekommen. Das würde allerdings nicht viel sein. Schauen wir mal kurz. Vier Stück. Na ja. Besser als nix. Eins. Zwo. Drei. Vier. Dann machen wir hier weiter. Kann ich da auf den Weg bauen? Kann ich. Sollte ich da auf den Weg bauen? Nein. Bauen wir das mal so. Ich denke, das wird ganz nett anzusehen am Ende. Hoffe ich. Habe ich das zum Bau geschickt? Start Building. Hier sind wieder Gerüste hochgezogen. Oh, bitte, bitte, bitte. Bitte nicht. Lass die bitte wieder abreißen am Ende, ja? Das wäre nett. Sind alle in der Mine. Ich höre es. Ganz alle, aber viele. Und hier wird... Hier war ja die Kohleader. Die hat ja abgeworfen ohne Ende jetzt hier. Boah, Wahnsinn. Hier, richtiges Kohleflötz. Das ist ja gar nicht mal eine Ader, sondern das ist ja... Nein, es ist Wahnsinn. Dafür brauche ich gar nicht. Für eigentlich nichts. Wir haben nicht genug Lager, um das alles da irgendwo zu deponieren. Und er hier kommt nicht mit dem Hämmern hinterher. Alles schwierig. Wir probieren das gerade nochmal. Vielleicht kriege ich noch mehr platziert, dass wir es einfach schon mal bauen. und dann kann der ja nach und nach... Ich kann die ja, glaube ich, schon setzen. Mal gucken. Ne, geht nicht. Oh, schade. Das wäre eigentlich schön, wenn man das alles setzen kann und dann erkennt er automatisch... Aha, ich brauche noch 137.000... Mäuerchen, baue ich sie doch mal. Das wäre schön, so eine Funktion. Könnte man sich daran gewöhnen. Und ich glaube... Wir machen das mal folgendermaßen. Und sagen... Hier ist ein toller Standort für dich und du könntest dann eigentlich auch in einem Lager hier in der Nähe... und nehmen wir das hier mal. Food kommt ja eh nicht an. Dann machen wir hier mal Stein rein. Und Möbel. Das müsste das Zeug sein, ne? Müssten auch die Steinmöbel drunter fallen. Und ich mache aber jetzt mal folgendes. Machen wir mal Remove. Und das machen wir lieber groß. Ein bisschen mehr darf es sein. Nichts. Das, das, das. Das. So. Dann hoffe ich nur, dass diese Workbench hier unten ankommt. Dann hat er nicht ganz so weite Wege, bis er an den Stein kommt. Der wird ja nicht eingelagert. Nicht irgendwie... Irgendwie wollen die das nicht. Sind zu faul. Ich habe denen wieder einfach zu viel Arbeit gegeben. Ich habe einfach zu wenig Halflings und die kommen alle nicht, weil... Weil halt. Hier muss man auch mal einen Weg hochbauen, damit das schneller geht. Ähm... Weg. Muss ich mich noch... Muss ich mich echt noch daran gewöhnen, dass der hier zu finden ist. War vorher eigentlich ganz nett. Mit dem, ähm... Neben den Hellen, oder? Was habe ich denn hier für Wege genommen? Allemal. Oh Gott, oh Gott, oh komm. So. So, und zack. Und hier rüber. Und dann wieder darunter. Dann haben wir unser Lager auch mal so ein bisschen angebunden. Das ist ja echt sonst... ganz schön lahmarschig, bis die dann da sind, wo sie hin sollen. Und dann könnten wir hier drüben eigentlich auch noch so... so einen schmalen Pfad hier rüber machen. Zu den Feldern. Ja, doch. Ich denke mal, so sieht das doch ganz... vernünftig aus. Komm. Wir haben es ja. Wir haben ja keinen Stein. So. Dann ist das alles mal so ein bisschen... bisschen schneller. Wir müssen das jetzt optimieren. nicht unbedingt auf schön, sondern auf effizient. Vor allen Dingen brauchen wir Nahrung und Wertigkeit im Dorf. Das heißt, ich sollte auch zusehen, immer die Bären jetzt hier mitzunehmen. Ich meine, überlegt mal, wie viel Nahrung wir hier haben. Wir brauchen noch mal tausend in Wertigkeit mehr. Das heißt also ungefähr noch mal ein Drittel mehr. Also so viel Nahrung hier, so wie da so ist, könnte man noch mal einlagern. Weil ich weiß, aber nämlich hier unten auch ein bisschen was, nicht viel. Wir können Nahrung kaufen. Dann könnten wir vielleicht... Das wäre vielleicht eine Überlegung. Hier, das Bett kann ich verkaufen. Das funktioniert nämlich eh nicht. Wird ja nicht aufgebaut. Bei der Kohle. So viel Kohle brauche ich auch nicht. Hier Kupfer. Wie viel haben wir da? 25. Muss ich auch gleich 10 verkaufen können. Gold. Naja, da haben wir nicht so viel. Heben wir mal auf. Tin. Braucht 10 weg. Silber. Können wir 2 verkaufen. Iron. Verkaufen wir mal 2. Da werden wir jetzt gar nicht zu kommen. Da so viel. So, dann verkaufen wir mal ordentlich. Ne? Machen wir mal 10. Jerky. Was? Wreck of Mutton. Ich wollte doch eigentlich Fox Jerky. Rapid Jerky. Jerky da hier. Das ist unpersönlicher. Unpersönlicher. So, kauf nur so viel wie geht. Haben wir alles. Boah. Ne? Schauen wir mal. Vielleicht hilft uns das ein bisschen weiter bei dem. Ähm. Bei dem Stadtwachstum. Ah, die wird endlich gebaut. So. Was hat es hier mit der Leiter auf sich? Scheint noch so eine Behelfsleiter zu sein. Noch so eine Gerüstleiter. Das wird hier wieder abgerissen. Das Gerüst. Schön. Eigentlich kannst du es lassen, weil, äh... Och wie, im Moment. Ihr baut aber schon, ne? Oh Mann. Es dauert alles hier. Eingelagert wird auch nichts, aber immerhin der Mason ist umgezogen. Und wir geben ihm nochmal einen neuen Auftrag. Wie viel macht man jetzt? Komm, wir machen nochmal 15. Hämmer dir einen zurecht. So. Was machen die? Was machen die Mäuerchen? Nein. Ach, dieses Menü. Eine echte Verschlimmbesserung. So. Zack. Äh. Geht wieder nix. Ne. Schade. Gut, da können wir dann im... In der nächsten Folge dann ein bisschen weiterzimmern. Und, äh, das würde ich vorschlagen. Das läuten wir dann jetzt auch ein. Das Folgenende. Ich werde hier im Hintergrund einfach ein bisschen weiter hämmern lassen. In der Hoffnung, dass die dieses Dach, dritte Etage, doch noch angehen. Und, äh, wir dann in der nächsten Folge vielleicht noch ein oder zwei neue Bauprojekte starten können. Mensch, dieses Schlösschen. Ich bin so stolz, dass das funktioniert hat. Oh, Invaders werden hier gerade gesehen. Ich muss mal auf Stop drücken. Ähm, ja. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal auf mich wieder. Vielen Dank soweit fürs Zuschauen. Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und, wenn ihr tolle Ideen habt, was man mal ausprobieren sollte zu bauen, dann haut es in die Kommentare. Ich bin zwar noch im Urlaub, wenn diese Folge kommt, aber danach lese ich es gerne. Und vielleicht kriegen wir ja noch das ein oder andere umgesetzt. Vielen Dank schon mal dafür. Und bis dann. Tschüss.